Du musst dann wohl der Drachenkrieger sein. Und du musst dann wohl der Kai sein. Ich werde mir jetzt dein Chi holen. Und dann das Chi aller anderen Pandas hier. I will show you the true power of Chi. Wie ist dein Chi heute? Wie ist mein was? Dein Chi. Oh, wieder mit dem Chi. Chi das, Chi das. Oh, es ist nur das Chi. Das ist der einzige Weg, wie man es tun kann. Ich verstehe nicht Chi. Wie im Film. Das Chi. Oh, mein Chi. I was like, wow, what are you saying? So, so, so what? What, I don't know Chi. I don't know Chi. How is my Chi today? My Chi's okay. You know, we just came in from Los Angeles. So, a little tired. But, but I can always get my Chi going. You know, my Chi was pretty good last night. I must say. Very good. That was Chi. The energy that flows through all the big things. Poe, du musst den nächsten Schritt auf deiner Reise machen. Unglaubliche Macht erwartet dich. Hey, es ist Zeit für Gerechtigkeit. Wir hätten gern zweimal die Gerechtigkeitsplatte. Tigress, möchtest du extra Soße dazu? Ein extra Schälchen. Extra Schälchen. Extra Schälchen. Poe, als dessen Vater bisher der Gänserich Mr. Pingalt, begegnet seinem wirklichen Panda-Papa. Wer bist du? Ich bin Li Chen. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Du hast deinen Sohn verloren? Ja. Schon vor sehr vielen Jahren. Ich hab meinen Vater verloren. Das tut mir sehr leid. Danke dir. Also dann, ich wünsch dir viel Glück. Ich dir auch. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Und ich hoffe, du findest deinen Vater. Der Vater bringt Poe in ein entlegenes Dorf der Pandas, denen der Geistergeneral Kai das Chi rauben will, wie wir bereits gehört haben. Die Traumfabrik Dreamworks beschert dem Publikum mit Kung Fu Panda 3 wieder einen perfekten Familienfilm. So ein Töp mal. Li ist wieder da. Und dann kommt noch das tanzende Panda-Pummelchen Mei-Mei ins Spiel. Ich bin Mei-Mei. Im Original gesprochen von Kate Hudson. Sie ist so wunderschön. Das ist süß, Poe. Aber bitte versuch doch dir alle weiteren Komplimente für mich bis nach der Vorführung aufzuheben. Hat's schon angefangen? Sie ist ein ganz besonderes Panda-Mädchen, oder? Mei-Mei? Mei-Mei. She thinks she is. She definitely really likes herself. You know, she's got a very healthy confidence. You know, more so than most. She's kind of a self-proclaimed best ribbon dancer in all of China. You know, and, and, you know, she's, she's fabulous. Um, really fun to play. And that's Mei-Mei. Schau weg, schau weg! Nein, du kannst es nicht, nicht wahr? Dad, warum startet ihr mich dauernd so? An! Versuch mitzuhalten. Und sie hat wirklich Spaß daran, Poe mit ihren Spielchen und den Bändern zu verwirren. Yeah, she has a bit of a crush on Poe. But then, of course, she sort of turns it around. It's like, Poe has the crush on her, but really, it's her trying to, like, sink her claws into Poe. Was war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, du wirst ein Panda-Mädchen spielen? My first, it's Kung Fu Panda. I was excited, you know. I mean, my kids have been watching Kung Fu Panda riders, especially since he was a baby. and Bing's seen them all, I mean, it's like a regular in our house, it's like over and over and over again. So, to be in one for my kids was amazing. I know what you're thinking. How could one Panda be so beautiful? Wie ist es, nur mit der Stimme zu Schauspielern? It's just, you know, it's different, it's isolated, you're not, you're not working with anybody, you're not working with any actors, you're in a booth. Of course you do! You realize very early on that, that you, um, that you can get very animated with it, you know, that you should get super animated. Uh, you can go further with your voice and say you were doing live action, you know, um, you'd probably be overacting. For me? Awwwww! You know, the more expressive you are vocally, the better, you know, energy you sort of bring to the character. Wow! She's amazing! Oh my god, she's so beautiful! What? You know, you show up, you're like, go to work at 11 in the morning, no hair, no makeup, just a couple hours of voiceover and you go home. Perfect. Perfect. Your turn. Es ist das Who is Who amerikanischer Filmstars. Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie und so weiter. I know, it's a, it's like the most amazing cast ever. I was just like, it's one of those casts, you, 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 you know, you wish you were all in a real movie together, you know. Oh man! Oh, Panda! Oh, this is so cool! Ich bin bereit. Ich werde Kung-Fu-Meister aus euch machen. Viel zu tun also für unseren Kung-Fu-Panda und viel Potenzial für ein Animationsfeuerwerk. Niemand hat gesagt, es würde leicht werden. Macht euch bereit für den Tanz mit der Gefahr! Feindet der Gerechtigkeit! Macht euch bereit für einen Krieg! Wollt ihr mich verhafen? Oh! Na, geht's? Alles gut, alles gut! Na, siehst du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020